und damit herzlich willkommen zu einem neuen testvideo von testsieger.de wir stellen euch heute die bosch cookit vor das ist eine multifunktions küchenmaschine will dazu ein bisschen in den gewässern das thermomix natürlich soll den nutzer beim kochen an die hand nehmen und natürlich auch zahlreiche andere küchenmaschinen ersetzen ob das gelingt schauen wir uns im test an wie immer zeigen wir euch alle wichtigen funktionen und geben am ende noch ein fazit ab fangen wir immer mit dem design und der verarbeitungsqualität an die optik ist natürlich geschmackssache aber wirklich aufgrund der großen abmessung entschindet die cookit schon eindruck mit eingesetztem topf misst sie knapp 30,5 cm in der höhe 34 cm der breite und nochmal ja wirklich beachtliche 46 cm in der tiefe sie braucht also viel platz in der küche man darf aber natürlich auch nicht ganz vergessen dass sie andere küchenmaschinen obsolet macht die verarbeitung ist wirklich sehr gut es kommt zwar vornehmlich kunststoff zum einsatz das ist nicht ganz so schön gerade im high end bereich hätte natürlich edelstahl oder so edler gewirkt der kunststoff ist aber wirklich sehr hochwertig die komponenten sind sauber miteinander verbunden und auch das zubehör ist wirklich sehr gut verarbeitet hier natürlich der massive metalltopf aber auch der rest ist gut verarbeitet wir haben vier große saugnöpfe an der unterseite die verleihen wirklich einen bombenfesten stand was natürlich beim kochen auch wichtig ist dann schauen wir uns ein bisschen den lieferumfang an ja wirklich eine flut an zubehör dabei insgesamt haben wir dann so über 27 verschiedene zubereitungsvarianten gehen wir mal durch wir haben den 3d rührer wie der name schon sagt ist er vor allem zum rühren zuständig zum beispiel wenn man fleisch oder zwiebeln anbraten möchte schaute dass die zutaten immer in bewegung bleiben oder man kann sachen unterrühren wie gewürze dann haben wir einen zwillingsrührbesen der ist zum schlagen von eiweiß oder sahne oder zum aufschäumen von soßen zum beispiel das universalmesser ist zum hacken von kräutern oder zwiebeln aber auch zum kneten von teigen und dann haben wir noch recht viele dampf gar möglichkeiten wir haben einmal einen aufsatz mit deckel und zwischenboden und den einsatz für den topf also es lassen sich wenn man möchte auch drei verschiedene komponenten gleichzeitig garen der dampfgareinsatz ist recht groß bemessen so ein kilo kartoffeln passt da problemlos rein und auch der aufsatz ist wirklich schön groß geraten ja und abschließend haben wir noch einen zerkleinerungsaufsatz mit jeweils einer scheibe zum raspeln und schneiden damit ist das gesamtpaket wirklich gut abgerundet außerdem haben wir noch einen spartel und ein wirklich schönes hart gebundenes kochbuch mit verschiedenen rezeptideen der topf bietet ein beachtliches fassungsvermögen von bis zu drei litern und dank der hohen maximaltemperatur von 200 grad eignet sich die cookit auch zum anbraten von fleisch oder anderen zutaten alle einsätze und auch der topf lassen sich wirklich einfach anbringen und halten trotzdem fest praktischerweise lässt sich der deckel ganz einfach vom topf trennen was bei einigen zubereitungsarten deutlich von vorteil ist außerdem lässt sich der deckel für eine einfache reinigung noch weiter zerlegen und reinigung ist auch ein gutes stichwort weil alle abnehmbaren elemente sind geschirrspüler tauglich das heißt einfacher geht es in dem fall nicht aber auch mit spülmittel und bürste hatten wir im test wenig probleme gehen wir weiter zur bedienung die erfolgt fast ausschließlich über das touch display auf der oberseite der farbbildschirm ist mit einer diagonale von 12,5 cm wirklich schön groß bemessen und lässt sich insgesamt wirklich gut ablesen er reagiert in der regel zügig und präzise nur hin und wieder kann es mal vorkommen dass man die toleranz bereich um das display befinden sich drei tasten die sind auch berührungsempfindlich eine startet die waage dann haben wir noch ein home button mit dem man zur startseite zurück springen kann und eine power taste aus dem kaltstart braucht die kucke recht lang so eine minute dauert schon dass man starten kann aus dem standby modus muss man keine wartezeiten in kauf nehmen der startbildschirm setzt sich aus drei hauptpunkten zusammen einmal haben wir den punkt automatikprogramme da finden sich da zum beispiel programme fürs dampf garen oder zum teigekneten oder zum sous vide garen wer selber alles in der hand hat wählt manuelles kochen dann lassen sich alle einstellungen selber vornehmen und das highlight sind natürlich die guided cooking rezepte für viele wahrscheinlich ein anschaffungsgrund für die cookit gerade im letzten punkt ist die bedienung allerdings ein bisschen unübersichtlich zwar sind die rezepte in kategorien eingegliedert allerdings fehlt eine suchfunktion und da ist es gerade zu beginn recht schwer den überblick zu behalten am schnellsten findet man die rezepte über die alphabetisch sortierte listen ansicht aber auch da kann es natürlich ein bisschen dauern es sind über 150 rezepte vorinstalliert kann natürlich sein dass bosch hier durch updates noch nachlegt wer mehr rezepte haben möchte muss die home connect app runterladen die gibt es für android und ios da findet man dann sogar über 200 rezepte ja und wenn man an sein rezept gefunden hat dann ist das guided cooking wirklich eine echte freude das liegt vor allem an den eindeutigen anweisungen und in sehr sehr ausführlichen arbeitsschritten das mag kochprofis ein bisschen unterfordern aber gerade neueinsteiger werden hier wirklich schritt für schritt an die hand genommen und die cookit sagt einem ganz genau welcher einsatz gerade nötig ist und was gemacht werden muss stellt alle einstellungen automatisch ein da kann wirklich fast jeder kochen schön die rezepte aus der home connect app lassen sich vom smartphone direkt an die maschine senden dazu muss man die cookit natürlich einmal per wlan ins eigene netzwerk einbinden das klappt aber ganz gut man muss sich allerdings einmal registrieren alles in allem sind wir von der app aber ein bisschen enttäuscht viele funktionen der cookit lassen sich nicht über die app bedienen außerdem fehlen komfortfunktionen wie das filter nach neuen rezepten da hätten wir uns gerade von einem high end gerät mehr erwartet beim guided cooking ist die app dann aber wirklich ein mehrwert man hat alle infos direkt auf dem handy muss also nicht die ganze zeit zur maschine laufen und man hat auch alle arbeitsanweisungen auf dem handy was sehr praktisch ist fürs vorausplanen ob man zum beispiel schon mal zwiebeln schälen soll etc ja und abschließend wollen wir euch natürlich die cookit noch in betrieb zeigen wir haben jetzt hier mal ein rezept rausgesucht was ein bisschen schwieriger ist nämlich paprikaschoten gefüllt mit bulgur bulgur ist wahrscheinlich für viele auch kein alltags lebensmittel deshalb ist hier guided cooking natürlich sehr praktisch war man ein bisschen an die hand genommen wird das rezept ist für vier portionen ausgelegt sehr sehr schade man kann die portionsanzahl nicht ändern es gibt zwar ein paar gerichte die in zwei portionsvarianten vorliegen sind aber sehr wenige mehr die anderen rezepte anpassen möchte muss wirklich kopf rechnen und entsprechend auch die zutatenmenge anpassen das ist nicht schlimm aber von einem high end gerät hätten wir das auch definitiv mehr erwartet die zubereitung an sich klappt dafür dann wieder wie am schnürchen alle schritte sind sehr gut verständlich und nachvollziehbar das wiegen der verschiedenen zutaten über die integrierte waage klappt super einfach das universalmesser hinterlässt ebenfalls einen überzeugenden eindruck für das rezept zerkleinern wir zum beispiel petersilie und zwiebeln die ergebnisse sind jetzt nicht 100 prozent gleichmäßig doch schon nach wenigen sekunden sind die zutaten fein geschnitten zum andünsten der zwiebeln verwenden wir dann den 3d rührer einfach die zwiebeln und ein bisschen butter in den topf geben den rest macht dann die cooket und auch hier sind die ergebnisse absolut überzeugend und einfacher geht es wirklich nicht mit dem 3d rührer kann man zum beispiel auch fleisch für gulasch anbraten ja und dann die gefüllten paprika kommen dann schlussendlich in den dünstaufsatz da haben so vier bis fünf schoten platz im topfeinsatz bereiten wir parallel auch noch ein kilo speisekartoffeln zu einfach den topf bis zur entsprechenden markierung mit wasser füllen und schon kann es losgehen ja also nach 25 minuten sind die kartoffeln und auch die paprika wirklich gleichzeitig schön gegart die kartoffeln sind auch angenehm fest und die paprika nicht mehr roh das schlagen zum eischnee ist mit der cooket auch überhaupt kein problem allerdings hatten wir mit sahne ein bisschen probleme das kann natürlich auch an anderen faktoren liegen wir wollen es trotzdem nicht unerwähnt lassen aber insgesamt macht das kochen mit der cooket wirklich sehr viel spaß und die ergebnisse sind durch die bank fast sehr gut ja damit sind wir auch schon beim fazit die cooket ist natürlich nicht billig mit knapp 1300 euro ist sie im oberklasse segment angesiedelt ähnlich wie auch der thermomix dafür erhält man aber auch einiges das design noch die verarbeitungsqualität liegen im guten bereich die bedienung geht insgesamt gut von der hand die ausstattung ist reichhaltig und die rezepte gelingen sehr sehr gut und sehr einfach aber für ein high end gerät hätten wir uns noch ein bisschen mehr komfort gewünscht warum kann man die portionsgröße nicht anpassen warum kann man in der app nicht nach neuen rezepten filtern warum gibt es keine suchfunktion für die guided cooking rezepte das ist alles im moment noch ein bisschen unschön aber bosch hat auf jeden fall die möglichkeit über updates hier noch nachzulegen und dann erfüllt die maschinen auch wirklich high end anspruch ja das war's mit dem video ich hoffe wir konnten euch ein bisschen helfen wenn es euch gefallen hat würden wir uns natürlich wie immer über einen daumen nach oben freuen wir freuen uns natürlich auch über jeden kommentar habt ihr schon erfahrungen mit multifunktionsgeräten was sagt ihr zur cooket schreibt uns einfach und wenn ihr natürlich keine videos mehr von uns verpassen wollt dann abonniert den kanal und drückt auch auf die glocke ja das war's mit dem video dann wünsche ich euch noch eine gute zeit bis zu unserem nächsten video macht's gut